Damiano, eine lange Reise. Heute ist unser Geburtstag, unser 60er-Jahres-Geburtstag. Wir sind eine Gesellschaft, das arbeitet mit Bio-Mandeln und Bio-Nüsse. Und wir arbeiten mit allen unseren Lieferanten auf dem Land, bis alle die Produkte, das wir entwickeln in unserer Firma. Heute sind mehr als 50 Produkte mit aufstreichbarer Creme und viele Nüsse, gerostet, gesalzt und in jeder Sorte. Und wir hoffen, dass wir noch sehr, sehr lang mit euch zusammenbleiben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020